Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Gerolias mit einem brandneuen Video und ich habe eine ganz gute Nachricht für euch. Am 25. Juni könnt ihr auf Discord auch in die Alpha kommen. Dafür müsst ihr ja eigentlich mal auf den Crema Discord kommen und dort wird dann wahrscheinlich dann halt der Shop dafür veröffentlicht. Falls ich noch irgendwelche weiteren Infos darüber habe, werde ich euch Bescheid geben. Ich kann das Spiel dann, also ich kann den neuesten Patch dann schon am 13. spielen. Ich mache dann halt noch ein paar Videos fertig. Die Preorder ist nur gewisse Zeit vorhanden, also behaltet euch besser. Gut, dann hören wir uns später. Bis dann und tschau.